Desperados 3 – Stealth Game in Wild West Optik Inspiriert von Desperados Wanted Dead or Alive erscheint der dritte Teil der Videospielserie. In der rauen Western-Szenerie musst du Feinde mit taktischer Raffinesse besiegen und deine Spielentscheidungen gut überdenken. Wähle aus fünf Desperados mit unterschiedlichen Skills, verschiedenen Attacken und Schwierigkeitsgraden. Desperados 3 erscheint am 16. Juni für PC, PS4 und Xbox One. The High Note – Filmkomposition mit Frauenpower Mitten in der glamourösen Pop-Szene von L.A. arbeitet Musikfan Maggie, gespielt von Fifty Shades of Grey Star Dakota Johnson, als Assistentin für eine Starsängerin. Um ihren Traum zu verwirklichen und selbst Songs zu produzieren, muss sie schließlich eine riskante Wahl treffen. Über Vodafone Giga TV kannst du den Entertainment-Film The High Note ab dem 26. Juni anschauen. Beyond Blue – Abtauchen in den virtuellen Ozean In Zusammenarbeit mit der BBC und wissenschaftlichen Experten ist das erzählerische Spiel Beyond Blue entstanden. In diesem Singleplayer-Game erkundest du die Tiefen des Meeres aus der Perspektive eines Unterwasserforschers. Zu sehen und hören gibt es Mini-Dokumentationen, Soundtracks oder bekannte Stimmen aus Filmen wie Ant-Man oder Toy Story 4.